okay das heißt bedienen das ist wirklich nur interessante boss kämpfen dann bei denen geht es so auch okay da das heißt boss kämpfe da werden wir die kugeln brauchen da vorne liegt was alte ruinen gehe durch den eingang welcher eingang also wie sie aussieht welchen eingang ja 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 welchen eingang ii was seid ihr obwohl ihr seid voll süß eigentlich hier unten was ist da wieder rätsel komme ich da dann raus auch wieder ich hoffe das wasser weicht zurück die brücke kommt zum vorschein okay also ne die will ich nicht verlassen also erstmal umschauen ich zieh mal dran was passiert das wasser zieht sich zurück ach so das wasser kommt dann wieder zurück okay 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 da ich mit dem jetzt laufen oder nicht Du wirst es wohl nehmen. Ach so, verdammt. Noch mal. Eigentlich hat man eh voll lange Zeit für. Ach so, verdammt. Oh, sehr cool. Und das war's jetzt. Okay, Ritzel ist gelöst. Ist dann die Ruine weg? Okay. Aber schauen wir noch mal nach oben. Was ist denn da drüben? Was für ein komischer Fisch. Beke, willst du damit sagen, dass es Hinweise geben könnte? Nebenquest, okay. Gleich. Ähm. 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 So, nochmal und das war's. Das heißt, ich muss da rüber. Warte. Ob's da hinten nochmal rundherum geht? So, dann schauen wir nach. Ich bleibe jetzt erstmal hier oben. Steht da hinten eine Truhe oder was ist das? Ja. Gott sei Dank habe ich da unendlich. Gott sei Dank. Ah, das ist aber so mies. Oh, 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 geh raus, geh raus. Oh, schon wieder. Da hinten steht eine Truhe. Das war's. Ja, öffne sie. Ja, öffne sie. Ja, öffne sie. Ja, öffne sie. Eine Truhe. Ja, öffne sie. Oh, holy Mensch. Ja, öffne sie. Ja, öffne sie. Ah, du schieb. Alter. Ähm. Au, 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 au. Ich habe unabsichtlich den zweiten auch noch genommen. Ich werde nicht mehr probieren. Ich werde nicht mehr probieren. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Au, au, au Goldenes Überrest Ah, ah, okay Ich habe keine Ahnung, was das zu bedeuten hat Ob ich den überhaupt killen soll Anscheinend Salamander, gibt es andere Hinweise? Super, lass uns weitersuchen So, mitgenommen Mitgenommen So, dann haben wir hier, glaube ich So gut wie alles Da war Holz Sieht man gar nicht Wenn du dort hinten stehen bleibst Perfekt Dann kann ich hier nämlich schnell Speichern Gut Wo muss ich denn überhaupt hin? Oha, oha, okay Haben wir da geschehen? Also Kapitel 1 Der Wind teilt den größten Ozean Und der junge Saga setzt stolz Seinen Fuß auf den fruchtbaren Boden Okay, da haben wir auch Kleine Teile mal, ne? Kapitel 5 haben wir auch was Als Saga aus seinem langen Schlaf erwacht Stellte er zu seiner Überraschung fest Dass die Welt am Rande des Zusammenbruchs stand Oha Autschie Autschi So, kochen Ah, da sind wir voll So, und hier können wir Mit der Kugeln machen Bin halt unsicher Ob ich hier überhaupt noch richtig bin Die Frage ist, wenn ich mal da unten bin Ob ich da wieder hochkomme Oh, das hätte ich nicht tun sollen Ah, da komme ich bestimmt Irgendwie noch ganz gemütlich herunter Ohne, dass ich da jetzt Ein großes Risiko meines Lebens eingehe Autsch, 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 Autsch Au, au, au So Was ist das drüben? Ah, da waren wir ja gerade vorher Ja, genau Es hat So Hoppla Nehmen wir alles mit Natürlich Okay Okay So Ich schätze mal, dass wir da Auf jeden Fall runterkommen werden Alter Da drüben ist schon wieder so ein Riesenschwein Aber So Schaar, Schaar, Pop! Da ist auch eines. Ah, Freunde. Ah, wir gehen das ziemlich locker hier an. Ah. Also, ich wollte es eigentlich abbrechen. Ah. Ouch. Ah. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und, guck, warte, ich muss raus da. Und. Und. Wie ist das dann jetzt? Aber jetzt. Gehen wir nicht. Ein bisschen zieh das Ding. Watch. Ah. Okay. Dann. Komm ich hier hoch? Ah, wir können ja hier weiterlaufen. So, schauen wir mal. So. Au, die liegen fallen. What? Okay, das heißt, vorsichtig sein, Kollege. So. Owie, owie. So, was. Oh, wa, wa, was? Ach so. Du warst das noch nicht. Na, aber jetzt. So, ich weiß, hintenrum müssen wir auch noch. Ah. Ist hier eventuell irgendwas drinnen? Nö. Schade. Okay, das heißt, hier oben. Muss wieder eine Truhe versteckt sein. Dann. Wow, wir sind noch eine. So. okay aber haben wir hier keine truhe oder irgendetwas sie nicht so aus also das nehmen wir auch noch mit okay dann schauen wir ob man die noch aktivieren exaktem und sturm schlucht klasse das ist der erste stein die erste steinplatte noch drei platten ich muss mich beeilen das ist jetzt kann man den ganzen nämlich schon näher okay so wir bleiben jetzt erstmal hier ich mache eine aufnahme pause schnell und ja dann gibt es nachher weiter